Mein Name ist Andi Susemiel, ich bin Sänger, Gitarrist und Songwriter. Ich komme ursprünglich aus Ulm, aber die letzten zehn Jahre eigentlich an der Westküste in Kalifornien, Los Angeles. Ich mache Musik mit Rock-Blues-Einflüssen, aber nicht irgendeine Musik, sondern genau die Musik, die mir gefällt und die mich, glaube ich, definiert. Es gibt Musik zu hören von meinen mittlerweile fünf Studio-Alben mit den Super Friends und ein paar gelungene Cover-Versions von Rock-Classics. Ja, ich denke, wir sind super eingespielt und da wird eine hohe Musikalität am Start sein und die Leute können sich wirklich darauf freuen, was da passiert. Ich finde, es ist ein fantastisches Line-Up. Ich meine, ich bin wahnsinnig gespannt auf die Reunion von Exodus. Das ist ja ein altes Ulmer Urgestein und auch die anderen Bands, Bruno Cox, sagenhaft. Also ich freue mich wahnsinnig drauf und ich glaube, die Leute können sich da auch auf ein super Line-Up freuen. Ja, natürlich, ich möchte alle da draußen grüßen, die meine und unsere Musik gut finden und ich möchte euch herzlich einladen, am 27. in die Friedrichsau zu kommen, in den Liederkranz. Und ich hoffe, das Wetter spielt mit und ich denke, wir werden eine super Party haben.